Am Donnerstag zieht vormittags Regen auf, der bis zum Abend auch die östlichen Landesteile erreicht. Dazu frischt der Wind stark auf, in der Nordwesthälfte sind nachmittags verbreitet Sturmböen möglich. Die Höchstwerte erreichen im Norden und Westen 8 bis 12 Grad, in Brandenburg sind vor dem Regen örtlich bis zu 15 Grad drin. Der Freitag beginnt in der Nordosthälfte stürmig und nass. Im Tagesverlauf lässt der Wind aber auch dort allmählich nach und von Westen her lockern die Wolken auf. Im Süden und Westen ist es nachmittags sogar oft freundlich und weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen etwas zurück und liegen meist zwischen 7 und 11 Grad. Das Wochenende wird turbulent mit Regenfällen, Schauern und viel Wind. Auch eine markante Sturmlage mit teils orkanartigen Böen ist nicht auszuschließen. Zu Beginn der neuen Woche stellt sich voraussichtlich nasskaltes Schauerwetter ein. Dabei ist bis in tiefe Lagen Schnee möglich.